Pönis Kinowoche, der Podcast für alle, die gutes Kino lieben. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönak und der wünscht gemeinsam mit Kaolin, Carrie Steinko, ein gutes neues Jahr. Mit viel Gesundheit. Und a Happy New Year. Ja, a Happy New Year. Wir machen heute zwei Podcasts. Podcasts. Ja, weil wir machen ein paar Filme, die bereits Weihnachten angelaufen sind und ein paar Filme, die am 2. Januar angelaufen sind. Wollten wir ja alles nicht, aber es hat sich rausgestellt, da sind doch ein paar Hochkarät dabei, die müssen im Nachhinein besprochen werden. Dann machen wir einen zweiten Podcast, da sagen wir noch mal Happy New Year und das sind dann die aktuellen Filme in dieser Kinowoche. Ist das verstanden worden? Ich denke, also ich habe es verstanden. Ich bin begeistert. Und Pöni, was ich sehr spannend finde, bevor du jetzt losrennst, ist natürlich diese Filme, die wir jetzt besprechen, in unserem Rückblick quasi, laufen ja schon. Das heißt, die Zuschauer können jetzt unsere Meinung vielleicht noch hautnäher nachvollziehen. Hautnäher ist ja wunderbar. Hautnäher und hautnäher. Ich weiß es nicht, aber vielleicht uns dann auch Ihre Meinung mal kundtun unter pönack.de, kontakt.pönack.de. Was Sie dazu meinen. Ja. Du kannst mal so direkt dran, das finde ich mal spannend. Gut. Also Filme, die seit dem 25. und 26. Dezember bereits in unseren Kinos sind. Da wäre unter anderem als Hitler das rosa Kaninchenstall. Ich muss sagen, als ich in die Schule ging, war das einer der Klassiker, der gelesen wurde. Von Judith Kern. Moment. Du wolltest erst mal alle Filme nennen, die wir heute besprechen, damit wir einen Überblick haben für dich. Wir besprechen folgende Filme, die Weihnachten angelaufen sind und die in der Neujahrswoche angelaufen sind. Weihnachten sind angelaufen, als Hitler das rosa Kaninchenstall, Cats, ganz tolles, Spione Undercover, eine wilde Verwandlung, 75.00 oder 7500, wie sagt man? Ich weiß, 75.00 könnte auch sein als Code. Und dann einer meiner Lieblingsfilme, der geheime Roman des Monsieur Pick. Und in der Neujahrswoche waren angelaufen, sind angelaufen, drei Engel für Charlie, Judy und Knives Out, Mord ist Familiensache. Über diese Filme reden wir in Podcast Nummer 1. Der erste Film, als Hitler das rosa Kaninchenstall, wie gesagt, Klassiker der Jugendliteratur. Er wurde bei uns in der Schule auch besprochen. Das Thema ist eigentlich aktuell. Anfänge des Dritten Reichs in Deutschland und Flüchtlingspolitik. Und anderthalb Millionen Exemplare wurden bisher verkauft von dem Roman von Judith Kerr. Und jetzt wird die Geschichte von Caroline Link verfilmt. Und Caroline Link, da geht gleich die Signallampe an, denn sie hat 2003 ja den Oscar bekommen für ihren Film Nirgendwo in Afrika. Sie war im Fonja ganz erfolgreich im Kino. Der Junge muss an die frische Luft mit dieser Harpe-Kackling-Biografie als Kind. Und jetzt als Hitler das rosa Kaninchenstall ist die Geschichte 33. Eine Familie, der Vater ein Intellektueller, ein Liberaler, ein Kritiker, ein Theaterkritiker. Ihm bleibt nur die Flucht, als die Nazis das Land beginnen zu übernehmen. Und Ehefrau Dorothea, Anna, hier im Film Judith Kerr hieß, heißt Anna Kemper. Und ihr 13-jähriger Bruder Max müssen ebenfalls bald fort. Und sie muss ihr rosa Kaninchen zurücklassen. Das kennen ja alle. Sie muss sich zwischen zwei Spielzeugen entscheiden. Leider lässt sie das Kaninchen, das bereut sie später. Sehr, sehr, Film. Sehr, sehr, sehr. Und erst geht's in die Schweiz und dann nach Frankreich. Der Film, wir können's ja nicht ausführlich machen, weil dieser Film schon zu lange ist. Aber der Film ist nicht gelungen. Der hackt die Stationen der Flucht einer Familie so im Episodenformat ab. Und sowohl diese Bösartigkeit der Nazis als auch diese emotionalen Spannungen in der Familie, die werden eigentlich nur unzureichend erzählt. Und die gesellschaftlichen Auswirkungen aufs Land sowieso nur angetupft. Der Film erweist sich angestrengt und bemüht mit nur behaupteter Empathie. Und das kommt noch dazu. Die drei Hauptdarsteller, das funktioniert nicht. Eine junge Frau namens Riva Krymalowski, die ist die Anna. Und die ist mehr altklug, der nachdenkt nicht. Und auch die Darsteller der Eltern, Oliver Masucci und Carla Jury, hinterlassen keinen bleibenden Eindruck. Er ist so ein Bonvino, der dauernd raucht und das Ding so lässig sieht. Und die Mutter, wie gesagt, Carla Jury spielt sie. Keine Ahnung. Zweieinhalb Pönis für als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Ein Film auf die Branche hat auf diesen Film sehr gesetzt. Aber so richtig funktioniert das nicht. Film zwei, den wir nachholen, der ebenfalls Weihnachten gestartet ist. Und Cats, ich hatte ja Carrie gebeten, sich diesen Film anzusehen, weil sie ist ja Schauspielerin. Sie hat Cats mitgespielt, sie hat mitgetanzt, mitgesungen. Und nur die Kritiken vorab haben mich sehr, sehr irritiert. In der Süddeutschen hieß es ein Super-GAU. Die Spiegel-Rezensentin meinte für die Cats. Da gibt es eine Internetseite VIP, da steht Katzen wie Opfer missglückter Schönheitsoperationen. Und der Hollywood-Reporter bezeichnete Cats als einen der zehn schlechtesten Filme des Jahres 2019. Mensch, der hat gedreht Oscar-Preisträger Tom Hooper, King's Speech. Gut, jetzt ist Carrie dran, denn sie hat ihn gesehen und sie hat ihn, wie ich glaube, sehr, sehr gemocht. Ja, und ich hasse Pöni nachhaltig dafür, dass du mir das angetan hast. Ich dachte, ich komme drumherum, aber nein. Ja, für mich ist Cats Katzenkotze. Ich kann mich den Kollegen nur anschließen. Bitte was? Katzenkotze, das ist mein Schlusssatz gewesen, weil es mich wirklich getroffen hat. Das hat mein Herz gebrochen. Also 1939 begann alles mit T.S. Eliot's Katzenband, Old Possums Book of Practical Cats. Da hat er so Briefe von sich über Katzengedichte an seine Patenkinder geschickt. Und das bekam Andrew Lloyd Webber, Musicalbaron aus London, in die Hände und hat daraus dann Cats gemacht. Unter anderem hat er auch Phantom der Oper geschrieben. Naja, als Andrew Lloyd Webber ist, bitte, sag mal. Du hast Cats nie gesehen, Pöni. Und du kennst auch Memory nicht, deswegen bin ich da vorsichtig geworden. Aber ich kenne natürlich Andrew Lloyd Webber. Ja, zum Glück. Okay, also gemeinsam mit Trevor Nunn hat er also Cats geschaffen. Und Cats ist an sich seit 1981 eigentlich so ein Revue-artiges Musical, wo mehr oder weniger die Katzen alleine auftreten und von ihren Geschichten erzählen. Um was geht's also? Wir haben die Jellicle Cats, das ist so ein Katzenclan, so eine Bande, die treffen sich alljährlich und beim Vollmond. Und entscheiden dann unter ihren Mitgliedern, wer von ihnen eins ihrer Leben opfern darf. Wir wissen ja, Katzen haben mehrere Leben, um dann ein Neueres, Besseres führen zu dürfen. Und innerhalb dieses Balls werden nun, wie schon gesagt, diese einzelnen Charaktere vorgestellt. Und die älteste Katze, gespielt von Judi Dench, entscheidet dann, welche Katze aufsteigen darf. Judi Dench spielt eine Katze? Ja, leider spielt sie. Judi Dench? Ja, das ist ganz schlimm. Da kommen wir noch drauf, Pöni. Lass mich erst mal die Geschichte zu Ende bringen. Eine dieser Katzen ist natürlich die berühmte Grisabella, eine alternde Diva-Katze, die so eine Show-Karriere hinter sich hat und die diesen berühmten Song Memory singt. Also eine Karri-Katze. Eine Karri-Katze. Aber so alt bin ich noch nicht. Genau. Wie du schon sagtest, gedreht hat es Tom Hooper. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, denn ständig denkt man, was soll das? Also man sieht Menschen mit Fell oder Katzen mit Menschenköpfen oder irgendwelche Zwitterwesen, Probanden eines Genversuchslabor. Man weiß eigentlich nicht wirklich, was soll das sein. Es ist irgendwie alles so Kitties mit Titties. Es fiel mir dazu noch ein, als so ein bisschen obszön, abstoßend, vor allem unästhetisch. Und das finde ich persönlich... Na, Katzenkotze. Ja, aber ich finde es so schlimm, weil Dame, wie heißt sie, Dame Jillian Barbara Lynn, das ist eine verstorbene Ballerina, hat damals hier Choreografien gemacht. Davon ist nichts übrig, weil Katz hat so viel Ästhetik in sich. Und hier ist es nur zum Fremdschämen. Ich hätte heulen können permanent. Und dann kommt Judi Dench als altes Katzenoberhaupt, sieht Sir Ian McKenney, der Gandalf aus Seldring. Das kennt man auch, Sir Ian McKenney. Und dann macht die die Beine breit. Und ich dachte mir, Leute, ja, die spreizt die Beine. Ich dachte mir, Leute, jetzt ist echt, echt hier Polen offen. Also ich fand es richtig schlimm. Dazu hast du die schlechtesten Computereffekte, die du dir vorstellen kannst. Dicke Kinder, so richtig fette Kinder, die sie irgendwie als Mäuse darstellen. Tanzende, steppende Kakerlaten, die gefressen werden. Es ist wirklich ein Schreckensarsenal, wo du dir denkst, was ist von Katz übrig geblieben? Nichts mehr, Pöny. Es ist nichts mehr von dem Charme, von den magischen Melodien, der Livehaftigkeit da. Also geht ins Musical, Leute, erspart euch das. Von mir gibt es dafür null Punkte. Null Pönis. Null Carry-Pönis. Null Punkte, null Katzen. Null Mäuse. Spart euch die Mäuse und guckt was anderes. Können wir überspringen. Auch der nächste Film ist nicht unbedingt besuchswert. Er heißt Spione Undercover, eine wilde Verwandlung. Wir haben ja so die Angewohnheit, wenn Trickfilme ins Kino kommen, Animationsfilme, dann kriegen die immer so einen Mitleidsbonus, so einen Mitleidspunkt. Ach Gott, ja, niedlich und so. Nee, hier ist nichts niedlich, denn das ist weder für Kinder noch für Erwachsene richtig gut. Es geht, Animationen, wie gesagt, um einen neuen Geheimagenten, Lance Sterning, original gesprochen von Will Smith, im Deutschen von Steve Gäthien. Hört, hört. Und der will die Welt immer vom Untergang retten. Das ist ihm bisher auch gelungen. Aber dann gibt es so einen Nerd, sozusagen der Q, also der Bond-Q von der Entwicklungsabteilung. Der verwandelt ihn in eine Taube und plötzlich findet er sich inmitten einer kleinen Taubenkolonie wieder. Und das hört sich ulkig an, ist aber beileibe nicht ulkig. Das Gegenteil ist langweilig, entsetzlich doof und geht natürlich um Weltrettung und Tricks und ha, ha, ha. Viel zu viel Action, viel zu viel Hysterisch, zerquatscht mit zu viel Schlaumeier-Geschwätzigkeit. Also für den kleinen Nachwuchs ist er viel zu quer und für Ältere viel zu unangenehm im Sinne von belästigend. Also dieser Film ist was für die Tonne. Ein Pönigspione Undercover, eine wilde Verwandlung. Basta. Der nächste Film kommt aus Deutschland. Das heißt eine deutsch-österreichische Co-Produktion. Der hat mich überrascht. Jetzt muss ich ein bisschen wieder zurückfahren. Jetzt brauche ich nicht mehr so viel schimpfen. Ich weiß nur nicht, sagt man 7500, sagt man 7500 oder sagt man 7500. Das habe ich noch nicht herausbekommen. Aber das ist ein Film, der heißt 7500. Gedreht von Patrick Vollrath. Der ist ein Auszubildender. Der hat Regie studiert an der Akademie in Wien bei Michael Haneke. Und dann war er 2013 Teilnehmer beim Talent Campus der Berlinale. Er hat einen Kurzfilm abgeschlossen. Der hat zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Sogar eine Oscar-Nominierung. Alles wird gut. Und sein Debüt-Spielfilm heißt, wie gesagt, 7500. Er spielt in einem Flugzeug, einem Cockpit. Ein ganz normaler Airbus-Flug nach Paris, von Berlin nach Paris. Im Cockpit einmal der deutsche Kapitän, einmal ein amerikanischer Kollege. Dessen deutsch-turkische Freundin ist gleichzeitig Stuart. Das alles geht gut. Man fliegt los. Und plötzlich versuchen Terroristen mit aus zerbrochenem Glas gebastelten Messern gewalzert in die Kabine einzudringen, um das Flugzeug unter die Kontrolle zu bekommen. Und bei der Attacke wird der Chefpilot lebensgefährlich verletzt. Und der Co-Pilot, der Tobias Ellis, der kann einen Angreifer in der Kabine außer Gefecht setzen. Die Tür zu machen und jetzt geht es los. Er muss ja natürlich jetzt mit denen draußen irgendwie verhandeln, in Anführungsstrichen. Die drohen natürlich, mach sofort die Tür auf, wir bringen die Leute um und, und, und. Das ist spannend gemacht, mehr will ich nicht verraten. Das ist richtig gut gemacht, die Atmosphäre ist am Kochen. Nur in diesem klaustrophobischen kleinen Cockpit-Enge, in dieser Enge. Dafür in Erinnerung war ein Thriller jetzt wie Flight Plan. Robert Schwenker hat den gedreht mit Jodie Foster. Und der junge Amerikaner Joseph Gordon-Levitt, Snowden 2015. Der ist wirklich absolut glaubhaft, körpersprachlich. Der spielt diesen Typen, diesen Normalo, der plötzlich über sich hinaus wachsen will, aber einfach kein Held ist. Der spielt den wirklich großartig. Das ist kein Film, der blindwütig um Rache strebt, sondern der das einfach erzählt und lösen will. Starker Nervenkitzel, 75.00, kriegt vier Pönis. Klingt so ein bisschen nach Flight Plan oder nach Non-Stop. Sag dich. Also für Fans dieses Genres zu haben. Das ist ein Muss-Film, finde ich. Das hat mich schon sehr, sehr, sehr überrascht. Und der letzte Film der Weihnachtsfilmwoche, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Das aus Frankreich mal wieder. Der geheime Roman des Monsieur Pig. Natürlich mit dem Monsieur haben sie es ja viel. Monsieur hier, Monsieur hier. Es geht um etwas, was es als Idee schon fantastisch ist. Es gibt in der Bretagne eine wunderschön gelegene, ganz entlegene Halbinsel Croissant. Und da existiert eine merkwürdige Bibliothek. Eine Bibliothek der zurückgewiesenen Romane. Hier werden also unzählige Manuskripte von Autoren aufbewahrt, gelagert, deren Werke von Verlagen nicht angenommen wurde. Zum Beispiel Titel wie Masturbation und Sushi oder Kaviar für die Mutigen. Ja, die wurden abgelehnt. Warum, weiß man nicht. Und eine junge Verlegerin geht hier stöbern und stößt auf ein Manuskript und dachte, das hat es was, das ist was. Veröffentlicht es unter dem Titel Die letzten Stunden einer großen Liebe und fortan ist das Literatur Frankreich nicht mehr dasselbe wie zuvor. Denn der Roman mutiert zu einem triumphalen Erfolg. Das ganze Land Taumig befindet sich in einem literarischen Fieberzustand. Wer ist denn aber dieser Debutant Henry Pick? Wer ist das? Henri Pick? Henri Pick war ein Pizzabäcker in dieser kleinen Region, der nie was mit Literatur am Hut hatte. Das stimmt doch was nicht. Meint auch der Chefkritiker des Fernsehens, der Literaturkritiker, Jean-Michel Rocher. Das ist so ein eitler Fatzke. Der bestimmt, wo es lang geht in der Literatur und der ist aufgebracht. Der wittert hier Gemeinheiten, Lügen, das geht nicht. Und er begibt sich auf einen Kreuzzug, um herauszukriegen, was ist denn mit diesem Bäcker? Hat der diesen Roman wirklich geschrieben? Das geht nicht, das glaube ich nicht. Und in seinem Schlepptau ist die Tochter dieses verstorbenen Pizzabäckers und angeblichen Schriftstellers. Und dann geht es los wie Agatha Christie. Man begibt sich mit sehr viel Humor, mit sehr viel Listigkeit, mit sehr viel Charme auf die Reise nach der Suche dieses verschwundenen Autoren. Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini ist wunderbar in der Rolle dieses eitlen Fernsehgockels, der mehr und mehr runter muss von seiner Treppe und mehr und mehr normal geerdet wird. Also das ist ein wirklich köstlich unterhaltsamer, warmherziger französischer Film. Der geheime Roman des Monsieur Pig kriegt vier Pönigs. Gibt es die? Die Bibliothek? Weißt du das so fällig? Ich finde, das klingt mega spannend. Nein. Nein? Schade. Vielleicht sollten wir eine aufmachen. Aber ja, das ist eine schöne Idee. So, damit haben wir die fünf Weihnachtsfilme, die in Weihnachtengestalt sind, abgehakt. Und jetzt kommen noch die Filme der Neujahrswoche, die am 2. Januar angelaufen sind. Fangen wir an mit einem Film. Ich habe gedacht, das ist ganz gute Unterhaltung, tut mir gut zum Neujahr. Ich will nicht so tief gleich liegen. Und Charlie's Angels, drei Engel für Charlie. Am Anfang gab es ja diese Serien in den USA zwischen 1976 und 1991. Dann gab es mal ZDF-Serien, 81, zwischen 76 und 81. Ich muss mich korrigieren. Und ich weiß nur von den Ursprüngen von den Ladies da, Drei Engel für Charlie, da war diese mächtige Dauerwelle Fora Forkett. Die war immer so fantastisch gefüllt. Die hatte so Wellen, das große Dauerwellen hat. Die war faszinierend. Und erzählt wurde ja von drei Privatdetektiven, die Kriminalfälle gelöst haben, einen Chef hatten, den sie aber nie gesehen haben, wir auch nicht, eben Charlie, der hat ihnen Aufträge gegeben. Dann gab es 2000, gab es mal einen Film Drei Engel für Charlie in den Kinos. Na ja, und 2003 gab es die Kinofilm-Fortsetzung, Drei Engel für Charlie, volle Power. Na ja, und das war ein Film, der war nur Schrott. Der war fürchtert. Jetzt also, im Hintergrund mokiert sich schon unsere Produzentin Luisa. Du hast recht, Luisa, diesen Film siehst du dir nicht an. Auf keinen Fall. Die Regisseurin, die Autorin, jetzt fängst du auch noch an. Die Regisseurin und Autorin heißt Elizabeth Banks. Eine tolle Frau. Ja, die mag ich auch sehr. Eine großartige Frau. Herrliche Figur, herrliche Darstellerin, großartig. Also die hat hier den Roman, die hat den Film geschrieben, die hat den Film inszeniert und sie spielt auch ziemlich mit. Aber dieser neue Drei Engel für Charlie-Film, gespielt von Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska, das ist nur so eine aufgemotzte Prügel-Dampfwalze. Drei Mädels im Model-Look, die hauen alle Männer kaputt. Männer sind übrigens nur dämlich, nur doof, nur sexistisch, nur angewalttätig, nur primitiv, nur einfältig. Wenn das MeToo herausbringt, dass Frauen jetzt die totale Stärke haben und Männer nur noch Dämelsäcke sind, nee, danke, dann kann ich darauf verzichten. Aber das ist auch langweilig erzählt. Humor und Dynamik wurde dem Film ausgetrieben. Und in Amerika wurde der Streifen verrissen, wurde nur von wenigen gesehen, hat überhaupt nichts eingespielt. Also ich finde diese Krimi-Posse quälend, langweilig, überflüssig, kriegt einen Pöni für ein schönes Make-up. Stopp, aber drei Engel. Ja. Da gibt es eine Pferdesszene mit Kristen Stewart, die reitet. Ja. Erinnerst du dich? Ja. Ich kenne das Pferd. Wie war das Pferd? Aaron. Der muss ja bitte auch einen Punkt kriegen. Nein. Stopp. Nochmal, nochmal. Pass auf, ganz ruhig. Kristen Stewart reitet in dem Film. Ja, die reitet in dem Film auch ein Pferd. Genau. Genau. Dieses Pferd heißt Aaron. Aaron. Ist ein Kollege von mir. Liebst du im Pferdestall? Nee, aber wir machen ja Shows mit Pferden. Aaron ist ein Kollege von mir. Und ich liebe Aaron und es ist ein ganz tolles Pferd. Und das muss doch wenigstens kurz Erwähnung finden. Ja, der Film ist übrigens ja auch international gedreht worden. Also in Berlin, in Hamburg ist er gedreht worden, in Istanbul. Und das Pferd kennst du. Ja, ich kenne das Pferd. Aaron. Dann geb mich also ein Pöni für Aaron. Dankeschön. Guten Abend. Pöni, bevor du zu deinen eigentlich Highlights kommst, wie man sagen möchte, soll ich dir vielleicht kurz Luftpause schaffen, mal kurz über Marriage Story noch was sagen. Der lief ja auch noch letztes Jahr an. Der ist ja auch Oscar-verdächtig. Marriage Story ist ein Film von Netflix, der in die Kinos durfte für 14 Tage und jetzt von Netflix verbreitet wird. Ich habe ihn nicht gesehen. Du hast ihn offensichtlich gesehen? Ja, ich will gar nicht viel sagen, aber vielleicht zwei Sätze, weil ich mir denke, es ist vielleicht für die Wiederholung auch ganz gut. Dann hast du mal kurz Atempause, weil du rennst uns hier davon. Mensch. Ehrlich, zu schnell, ja? Es ist heute 6. Du hast Zeit, ich denke, wir haben doch einen ganzen Podcast. Ist zu schnell? Ja, ganz kurz. Ja, musst du mir sagen. Mensch, wenn ich hier bin, weil ich schon wieder voller Power bin, 2020, ich kann schon wieder loslegen. Ich bin jetzt ausgeschlafen über Weihnachten. Du, ich habe Weihnachten, Silvester, ich habe so ein bisschen auf diese scheiß Silvesternacht, diese blöde Geknalle. Ich habe geschlafen, viel mit meinen Muschis rumgeturnt, ich meine meine Katzen natürlich und ich habe sehr viel Spaß gehabt im Ausruhen und fühle mich wohl. Ich bin jetzt zu schnell, ja? Nee, nicht so schnell, brennst du. Müssen wir alles nochmal wiederholen? Nein, alles gut. Aber ich dachte, ich verschaffe dir mal kurz eine Atempause. Nee, insoweit ist es wichtig, weil du sagtest, es ist ja schon die nächsten beiden Filme aus der Neujahrswoche, die sind richtig gut, aber du wolltest noch irgendwas sagen über Marriage. Ja, nur zwei Sachen. Also, dass es sich auf jeden Fall lohnt, diesen Film zu sehen. Und zwar ist er von Marriage Story von Noah Baumbach. Den kennst du vielleicht noch von Francis Haar mit Greta Gerwig. Genau, und der ist ja bekannt dafür, dass so menschliche Psychologien und Sozialstudien immer so einen Fokus seiner Filme hat. Und in Marriage Story geht es eigentlich nur um die Trennung eines Paares, unter der ein Kind leidet, beziehungsweise es geht dann um diesen Sorgerechtsstreit. Jetzt denkt man hundertfach gesehen. Aber die Hauptrollen werden gespielt von Scarlett Johansson und Adam Driver. Und die beiden liefern wirklich auf Schauspielniveau einen ganz tiefen emotionalen Strip, möchte man fast sagen, der einen wirklich bewegt, wo man denkt, ja, das habe ich schon mal mitgefühlt. Also, man wird so reingezogen und schön ist, dass er keine Position mitzieht, sondern man hat man mit dem Mitleid und man mit dem. Der wird viel, viel, viel gelobt. Der ist auch toll, weil der eben diese Emotionen so in den Vordergrund bringt und wirklich die Schauspieler sind grandios. So was emotional nah ist, hat man lange nicht gesehen. Deswegen Marriage Story auf Netflix definitiv empfehlenswert. Auch wenn es nur um die schlichte, in Anführungszeichen, schlichte Trennung geht, die anfangs privat ist und dann von Anwälten geführt wird. Und diese Grenze ist interessant. Zwei Sätze. Sie hat gesagt, zwei Sätze. Ja, gut. Also, ich bin nicht so eine Labertasche wie du, ja. Ich bin, man merke bitte in diesem Jahr, ich werde von meiner lieben Kollegin als Labertasche. Ich bitte das bitte um Bestätigung oder um Korrektur. Aber eine liebenswerte Labertasche. Ach, jetzt schleif. Oh, ist das hier nass. Das ist alles so nass. Da müssen wir aufräumen hier. Das ist ja, also schrecklich. So, Judy. Ja, der nächste Neujahrswochen-Kinofilm hat mich umgehauen. Das meine ich wirklich, das ist toll. Judy. Judy Garland, natürlich Judy Garland. Die hieß ja im bürgerlichen Francis Ethel Gumm. Und wir identifizieren Judy Garland natürlich über zwei Dinge. Einmal über diesen Kultfilm, der Zauber von Oz von 1939, wo sie auch die Originalversion von Over the Rainbow singt. Und einmal natürlich als Mutter von Liza Minnelli. Aber das ist hier überhaupt keine Rolle. Es geht um Judy. Am Anfang wird ein Kind gezeigt, das von Anfang an vom mächtigen MGM-Studio-Boss und von ihrer Mutter gequält wird. Zum Erfolg getrieben wird. Und die hat keine Freizeit. Die darf nicht mal ausschlafen. Sie wird mit Pillen vollgepackt, dass sie immer auf Leistung gespult ist. Und demzufolge Schnitt. Wir sind jetzt im letzten Lebensjahr von dieser Frau, von dieser wunderbaren Judy Garland, die nur 67 wurde und 1969 gestorben ist. Und in Amerika ist sie am Vergessen. Ihre Finanzen sind oft gebraucht. Sie weiß nicht weiter. Und da meldet sich England. Und England sagt, hier gibt es so viele Fans. Wir lieben sie. Kommen sie zu uns rüber. Machen sie hier für eine Vier-Wochen-Theater-Tournee. Und sie werden hofiert werden bis zum Gehtnichtmehr. Sie muss es machen. Sie parkt ihre Kinder beim Ex-Ehemann Nummer drei. Aber sie ist natürlich geschädigt bis zum Gehtnichtmehr. Also sie ist neurotisch bis zum Abwägen. Sie hat Alkoholwunden, Seelenschmerzen. Sie muss mit den vielen Pillen fertig werden. Sie hat eine Dauerschlaflosigkeit. Und diese innere Zerrissenheit und diese tiefe Einsamkeit, die auch Ehemann Nummer vier letztlich nicht verhindern kann, bringt sie dazu, dass es sehr, sehr schwer wird in England, diese Tournee zu machen. Und wir wissen ja auch, wie es dann Monate nach der Tournee geendet hat. Ich hätte es nie für möglicher, nie hätte man mir gesagt, René Selviger spielt Judy Garland. René Selviger. Gut, Oscar-Preistickerin ist er, wissen wir. Aber Bridget Jones, ich verbinde mit ihr diesen kleinen süßen Pummel, die ich gemocht habe, diese Blondine, die, ja eben, Blondine ist. Aber wie sie in diese Judy Garland hineinkraucht, wie diese Judy Garland seelenporentief auslotet. Das ist so sensationell. Sie singt auch selber die Songs. I go my way by myself oder bis zum Finale Somewhere over the Rainbow. Das ist, das ist um Niederknien. Das ist so großartig. Eine Frau wieder, die praktisch auf dem Olymp steht und gerade mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde und mit Sicherheit den Oscar kriegen wird. Darüber reden wir beim nächsten Podcast. Also für mich ein Triumph. Ihre Rolle, ihre einzigartige Performance, ihr großartiges, triumphales Comeback. René Selviger, Judy. Viereinhalb Pönis kriegt dieser Film über eine Ikone des 20. Jahrhunderts. Also ich habe den Film auch gesehen. Ich gebe dir recht. Ich glaube auch, dass sie den Oscar kriegen wird, auch verdient. Aber Scarlett Johansson, Marriage Story ist auch noch da. Aber ich glaube, du hast recht, dass Judy ist so eine amerikanische Geschichte und ich denke, Judy wird das Rennen machen. Ja, und der letzte Film aus der Neujahrswoche, da hat mich schon von Anfang an etwas stutzig gemacht und zwar positiv stutzig gemacht. Hör dir mal diese Besetzung an. Daniel Craig, Chris Evans, Michael Shannon, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Christopher Plummer und ein Talent, was wir demnächst feiern werden im neuen Bond-Film, Anna de Arnas, die sich in Hollywood langsam eingefunden hat. Die in einem Film, der da heißt Knives Out, Mord ist Familiensache, also Messer raus sozusagen. Der hat in Amerika 214 Millionen Dollar eingespielt und hat 40 Millionen Dollar gekostet, was nichts über die Qualität aussagt, aber der hat Qualität. Rian Johnson hat ihn gedreht. Hier, Star Wars, die letzten Jedi war sein Film davor. Und jetzt macht er sozusagen einen modernen Agatha-Christi-Film. Wir sind in einem viktorianischen Anwesen heute mit diesen Backsteintürmen, diesen langen Korridoren, quietschenden Treppen, dicken Teppichen, opulenten Räumen, diesen eigenwilligen Gemälden an den Wänden. Und da herrscht wirklich Falschheit und menschlicher Egoismus bis zum Gehtnichtmehr. Das heißt, hier finden sich Familienmitglieder ein, Blutsverwandte, weil der Hausherr, Christopher Plummer, der hat übrigens eine wunderschöne Frühstückstasche, auf der steht, mein Kaffee, mein Haus. Eine Tasche, keine Tasche, oder? Eine Tasche, eine Frühstückstasse. Habe ich Tasche gesagt? Tasche gesagt. Ach, schön, dass du aufpasst. Mit seiner wirklich diktatorischen Frühstückstasse, da hat er diese Aufschrift, mein Kaffee, mein Haus, meine Regeln. Und so ist er. Der ist jetzt 85 geworden, die feiern. Und er hat angekündigt, er möchte die finanziellen Dinge etwas anders regeln, wie er es bisher vorhatte. Das bringt einen schon in die richtige Richtung. In der Nacht stirbt er. Er hat sich angeblich selber die Kehle durchgeschnitten. Und alle sind nicht glücklich und doch glücklich, weil nun müssen ja bald die Erbschaftssachen geregelt sein. Und dann taucht er auf. Benoît Blanc. Benoît Blanc. Daniel Craig. Das ist so ein Südstaaten-Hercule Poirot, der sich von diesem Personal nicht die Butter vom Schnüffelbrot nehmen lässt. Der ist beauftragt worden. Von wem ist der eigentlich beauftragt worden? Hier also zu klären, was ist hier wirklich passiert. Und wie das losgeht, dieses Wer-war-es-Rätsel-Spiel, das ist mit diesen vielen Pointenkabeleien, überraschenden Wendungen, ein Zwinkervergnügen, richtig, richtig, richtig toll. Das macht Spaß. Das ist, die Ensemble-Stars sind auf dem Weg, sind auf dem Weg, so ein Quatsch. Die Ensemble-Stars sind der Weg zu dem Film. Und wie die das spielen, mit dieser Lockerheit, mit diesem Augenzwinkern, mit diesem diabolischen Genuss an diesem kriminell, kriminalistischen Mystery-Fährdenshriller. Also der ist toll. Ein Krimi mit Pfiff und guter Laune, Messer raus, gute Unterhaltung, Knives out, Mord ist Familiensache, viereinhalb Pönis. Ach, sehr toll. Auch in der Ausstattung, oder? Ja, ich bin, hör mal, pass auf, ich muss dir erzählen, ich hab den einmal ganz kurz gesehen im Original und da sind mir eine Dialoge, tut mir leid, hab ich halt nicht mitgekriegt. Und da hab ich gesagt, den sehe ich mir normal an und gehe in das Kilo und denke, naja, so am Nachmittag. Es war ausverkauft. Also ich hab gerade noch eine Karte bekommen, es war ausverkauft. Die Leute haben gejubelt, begeistert und ja, toll. Knives out, Mord ist Familiensache. Ansehen bitte. Das ist am Jahresanfang wirklich gleich ein toller, 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 toller Unterhaltungsschneller. Ich werde mir angucken, ich hab ihn noch nicht gesehen. Ja. So, das waren die Nachholfilme. Wir beenden damit diesen Podcast Nummer eins. Warte, Pöni, möchtest du nicht eigentlich auch in diesem Podcast zumindest deine Highlights erwähnen vom letzten Jahr? Weil eigentlich gehören sie ins letzte Jahr. Ja, sie gehören ins letzte Jahr, aber das mach ich natürlich am Anfang des neuen Jahres mit dem neuen aktuellen. Und jetzt verrate ich das noch nicht. Aber du hast recht, ich habe drei Lieblingsfilme gefunden und ich habe den schlechtesten Film des Jahres 2019 gefunden, der so widerwärtig ist, der so eklig ist, der so wirklich, also man kann sich freuen auf den nächsten Podcast. Also, wenn's interessiert, bitte dranbleiben. Jawohl. Fortsetzung folgt. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Pönis Kinowoche. Der Podcast. Jede Woche neu.